E-E-1, wir fahren weiter Hübsch Wo ist das? Gehen wir hier rum? Versteh nicht, ich hab nur gewartet, dass ich ihm nicht in sein Feuer reinfahre, wenn er in Hügel rauffahren Ne, ne, die Linzen sollten sich einsperren Ach, die Ehrefreiheit, das Team werden unterbeschoss genommen Haben sie uns aber nichts voraus Hier, Echo und Convoy, LKW hinter euch, bewegt sich, Feuerfreigabe? Frage ist euch hin? Keine Antwort jetzt Ich glaube, die haben alle den Eindruck, dass du der Anführer der Mission bist, ne? Ne, ne, ich bin ja die IP, hallo Na, wurde denn geklärt, dass SF-1 der Chef für einen ist? Ja Ok, gut, dann hab ich nichts gesagt Alles gut Uiuiui Uh, das war's, das war ein neues Ding Sehr schönes Manöver Was machen die denn da vorne? Das ist hier aber alles sehr, sehr safe Haha Hier Echo, in der Stadt sind Zivilisten Aber auch ein gepanzertes Feuer, äh, Fahrzeug haben wir Freivergabe Feuer, Feuer, Feuer Feuer Oh, der Saktion ist ausgestiegen Ja Copy ihn Oh, oh, da kommt das noch, vielleicht wo Hier, Feuer Oh, in dem Dorf, linke Seite, Tunguska Oh, da brennt die, wie gesagt, in der Kuh Was, da ist ein Tunguska? Ja Wir sind im Innenhof Sind das Ganze, fliegt mein Stück nach links Was, hier vor uns auf jeden Fall zwei Hamgees Hauptstraße, zwei bewaffnete, äh, Soldaten laufen ruhig zu Ja Hier, SF-1, wir gehen in Deckungsstrecken außen, schauen uns das an Nein Ähm, war das gerade eine Rakete? Wirklich Ähm, Echo-1, ein Konvoi rechts von euch sowie nördlich im Gelände innen drinnen mehrere Soldaten Ja Wirklich Ja 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 Ich bin da Ich bin da Ich bin da Es ist ein Begeister, ich bin da Krieg fertig Granate Rechts von euch auf der Hauptstraße müsste sich noch einer befinden Granate Ich bin wieder da, ich hatte TeamSpeak-Absturz Ich bin wieder da, ich hatte einen TeamSpeak-Absturz Hier, Echo an Aufkartieren, kommt Aufkartieren? Gibt es irgendwo eine Möglichkeit zu neu bewahren, wenn da nur noch eine DAGF übrig ist? Kommen 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 Hier Echo an Konvoi, könnt ihr uns kurz entbeeren? Kommen Hier Echo an Konvoi, könnt ihr uns kurz entbeeren? Hier ist ein Verständnis, ich könnte den Buscar ankommen So verstanden, dürfte tüchtisch nicht mehr aktiv werden So, zum Buscar definitiv ausgeschaltet Keine Besatzung ausgestiegen Die brennt Trotzdem sind keine brennen ausgestiegen Dann waren die eben schon dead on impact Nordwestlich von der Tunguska hinter der Mauer sehe ich oben den Kopf ausschauen Ja, das ist mindestens einer mit der Luft Das war wieder typisch, mir ist gerade natürlich mitten im Feuergefecht Dienstweg abgestürzt sein Und ich hätte ja noch immer noch zwei auf der Aufschlase Beide eine, anscheinend kein Wasser Entschuldigung Ich schlöne hier Ach, das ist egal Okay Du ständig grün Äh, ständig grün Er steckt mich auf Mauer Die Echow 1 an, dann können wir kurz den Zeug flinken, um aufpolizieren zu bekommen. Positiv! Was ist denn jetzt? Kommt schon, ne? Ja, genau, das müssen wir jetzt sagen, ja. Die Macher. Nee, das sind wir vorhin durchgefahren. Oh, ich kann wieder hören, der Helikopter ist weg. Jo. Stimmt so, sie ist auf der Karte. Ich sehe gar keine Mikrofonie auf der Karte. Du bist auch nachgeschornt, deswegen siehst du jetzt sie nicht. Achso. Die werden natürlich, wenn du sie jetzt alle gesendet hast, und wenn du nicht da bist, kriegst du sie natürlich nicht gesendet. Der Typ da auf der Straße sieht aus wie ein Angler. Aber was macht ein Angler in der Wüste? Man scheint seine Balls of Steel, so einen... Ich wollte jetzt eigentlich sagen Wüstangeln, oder was? Ja, sowas ist verdächtig. Das sieht eher aus wie ein Baumwollpflücker, aber naja. Bestimmt, wer du riss, wenn er sich verkleidet wie ein Angler. Der Witz mit dem Holzfäller in der Sahara. Ja, erzähl mal, wir haben nichts mehr sonst zu tun. Nee, erzähl mal. Der ist voll der Bringer. Der wirkt sich halt so'n Typ als Holzfäller bei so'ner Forstereifirma. Und dann sagen die, ja, was haben sie denn so für Referenzen? Ja, ich war früher Holzfäller in der Sahara. Hä, wieso, da gibt's doch gar keine Bäume. Ja, jetzt nicht mehr. Wie? Oh, was war das hier? Entschuldigung, ich hatte vorhin einen Bohnen. Desonation, gestraft. Kann mal passieren, so lange hat man sich reingekommen. Mh. Bäm. Fäckst du nicht mal kurz? Ist der Pixel da vorne, oder was? Positiv. Mit dem Team. Was machen die an der Stadt? Hui, ein Jet. Oha. Oha. Die SS2 und Hockatier haben geradezu irgendeine Zivilität entdeckt. Wunderbar Flugzeug. Entdeckt ist gut. Keine Ahnung. Oha. Die SS1, wir müssen wieder auf. Leute, wir sollten hier weg. Die Sue da oben gefällt mir. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich krieg keine Art von Hockatier. Ja, was soll ich denn da jetzt antworten? Ein Bestätiger? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, wo soll ich denn wissen, was da eins rüberfliegt? Äh, ich hab die ja bestätigt, du. Aber du darfst doch nicht vergessen, er ist doch nicht das Hauptquartier. Ja, Spinner, VIP, Spinner. Doch, wir machen jetzt einen General aus ihm oder sowas, irgendwas hohes. Okay, die SS1, wir fahren wieder. Das Paket. Ich dachte, wir hätten uns geeinigt. Wieso ist da hinten jemand auf dem Autodach gewesen? Ja, das war der CMZ, der ist bestimmt teleportiert gerade. Wenn der Leader am Auto sitzt, dann spawnt der da, wo der Leader halt gerade ist. Der geht sicher. Wir fahren weiter ohne Luftunterstützung, oh oh. Wieso ohne? Also mit dem Hubschrauber? Ja, weil wir sind gerade in der Bahn. Vielleicht nicht so gut, ne? Ah. Ach, lassen Sie selber hier stehen werden, das ist schön. Wir machen das. Ich hab ja die Besten beim EMG. Hm. Was mach ich da eigentlich? Seid die Besten. Das ist doch nicht nötig. Die SF1 und alle, wir haben gerade einen feindlichen Scab-Werfer ausgeschaltet, kommen. Die würden auch mit dem Scab auf uns schießen. Das Fahrzeug, das links hier hinter der Mauer steht das auch, äh, clear, ja? Pff, fahr mich nicht. Ich hab ja gerade Reifen gesehen hier hinter dem. Ja, hab ich auch gesehen, aber... Na gut. Fahren aber mal weiter. Sind wir eigentlich gerade in der Militärparade geplatzt, oder warum war das das Scab-Werfer? Ja. In Ahnung. Weiß nicht, ich hab mir das Festprogramm nicht durchgelesen. Achtung, aktive Fahrzeugbewaffnung noch in der Stadt gewesen. 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 Ja. Keine Segase, wenn sie vorbei. Okay. War ja auf die Heli, hab ich gedacht. Logisch mit dem Pixel. Ich glaub, die Heli hat momentan gar keinen Funkkontakt zu uns. Ich weiß ja, wenn ich nachher das Video angucke, ist da kein Ton drin. Hoffentlich nicht. Wie immer so ein Etik-Fail. Wenigsten Meter, 50 Meter gehen, klar, ich bin bis. Ja. Ja, okay, 50 Meter. Ja. Pass einfach raus, Hänger, aus dem Fenster. Was denn ist auf der rechten Seite und ist nicht mein Auto? Oh, dann darf sich. Was kann schon schief gehen? Was kann schon schief gehen? So, wieder da. Oh ja, das ging ja wirklich schnell. Kann ich waschen? Kann ich waschen? Äh, jetzt im Moment grad nicht, ne? Hm. Ja, es ist schwer, wenn man dann die Flasche reinmacht und dann noch drauf ach... Ah, ist ja jetzt egal. Ja, ich weiß, wir haben Kontakt voraus. Wir fahren ein bisschen zurück. Äh, feinlicher Jeep auf der Straße. Oh Gott, wir fliehen da unten. Wir hätten auch nach links in Deckung fahren können. Äh, Anfahrer. Stefan? Nee, nee. Links hätten wir Deckung suchen können, oder? Drei Stück, drei Stück. Ah, jetzt geht's los. So, passt. Der Shark fährt immer noch. Da gibt's keine Munition mehr. Ah doch. Der schöne Lack. Aber wie viel Munition haben die denn da in den Fahrzeugen? Äh, apropos hätten wir Munition? Nee. Na wir nicht, wären ja gar nicht nur Schütze, oder? Nein, ich mein, aber die anderen. Gibt's überhaupt für die Mini dann, ähm, Nachladbar irgendwas? Keine Ahnung. Nee. Ich hab eigentlich gehofft, dass das irgendwann mal alle geht, und dann werden Positionen getauscht, oder so, aber... Die scheinen ja unendlich zu Schütze haben. Oh, sie stehen raus. Oder rausgefahren. Nee, einer wollte sich grad hinsetzen. Ich glaub, den ist langweilig. Die kommen. Er ist nicht langweilig. Ja. Der ist nicht langweilig. Der ist nicht langweilig. Er ist nicht langweilig. Dein Arma ist ausgefallen, oder was? Ja. Ist das dunkel, oder was? Ja. Dann drückst du auf Schiff auf dem Ziffernblock auf Mikus und dann schreibst du F L U S H. Glückwürg CMC, das musst du machen, wenn das Bildschirm schwarz wird. F H, Flush. Klein oder groß? F L U S H. Denk mal klar, dann reicht. Okay, ich gehe in Bericht. Dann merke ich euch. F L U S H. Na, Flaschweg, losspielung. Da kann man, was gibt's für Endes? Konkret nicht mehr. Nee, 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 nee. Tipp auf Shift und dann Minus auf dem Ziffernblock. Konkret jetzt agiert... Der Automater, die Fritten aus dem McDonalds-Bug-Automater. Okay, hier S1, wir fahren weiter. Hahaha, wie ist das geil? Könnt's meinen, bei dem ist gerade so eine Herz-Rhythmus-Maschine ausgestiegen oder sowas. Hahaha. Halt wieder aufs Hüpfel, Endes auf Endes hier, wir fahren weiter. Hm. CMC, statt noch bitte da. Wir fahren, wir fahren jetzt. Wir fahren jetzt. Hm. Es ist doch egal, was der rechts macht. Wir fahren. Es ist doch egal, was der rechts macht. Wir fahren. Er laut Map kommt jetzt ein A10 angeflogen. Dann wird das so sein. Die Map lügt nicht. Also der Taki da rechts ist relativ widerspenstig. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Und sehen euch. Juhu. Äh, links im Haus läuft einer. Ja, ja, na ja. Wir sind heute an Echo. Ihr habt Gesellschaft. Wir suchen mal einer. Bitte. Der liegt immer noch. Wo sind unsere Begleitfahrzeuge hin? Und? Ne, nicht wirklich. Unsere Begleitfahrzeuge hinten fehlen. Was? Was? Er ist auf alle. Sie können mich schnell überwinden. Links, Gefahrzeuge der Fahrzeuge. Garf, Garf! Steck! Ich hab AT-Waffen. Ja, nein, nein, nein. Hahaha. Oh, gut. Zurück zu den Häusern. Ja, wo ist denn der Scheiße? Der hat doch die Raketen dafür. Wir müssen ein bisschen zurücksetzen. Bisschen zurücksetzen. Ja, wir müssen an die Wand kommen. Ich bin raus. Okay. Ich bin tot. Ich bin Stefan. Schützt mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich werde die Zivilisten erschießen. Ich werde das. Achtung, Achtung! Nicht bewegen, Wolf. Nicht bewegen! Ein Fahrzeug ausgeschaltet. Oh, warum zum Hülle brenn ich? Du brennst doch nicht. Ich hab aber was abgekündigt. Bäm, ich brauch dich mal, Medic. Haben wir gerade den Helikopter verloren? Ja, der Heli ist auch gespielt. Achtung, Passing. Ist der Helik, wo hast du gekommen, weißt du das immer? Bitte was? Da oben rechts, wo die riesen Rauchwirk ist. Ja. Ist die Crew rauszukommen, finde ich nicht? Ja, wahrscheinlich nur die Stücken. Das bin ich doch gar nicht. Die anderen, sobald ihr aufgeholt habt, dann an uns bitte links vorbei fahren. Ich wiederhole direkt von uns. Oh, Kontakt! Wo? Ab ihn. Moment. Komm jetzt, Pass auf, Max. Klar, hast du dich jetzt noch? Ja, klar, ein Fahrzeug. Hätte nicht unbedingt sein müssen. SUV, ja. Ab sofort, Bäm, mit den Medikids Spaß und umgehen. Nur wenn einer nicht laufen kann, benutzen. Und dann dringend ist. Motor aus. Das Nashom ist nur getroffen. Okay. Ja, ich bringe das ab. Ich weiß es genau. Sehr gut. Äh, Leute, was ist eigentlich mit dem anderen gepanzerten Fahrzeug da rechts? Ja, ich bringe den mit. Ja, ich bringe den mit. Ja, ich bringe den mit. Okay, SF1 bleibt hier. Ich geh mal kurz mit dem Private Launch.